Nein, der Pack ist süß, denn es ist für den Weg. Ja, bis dann. Natürlich auch online. Auf www.myspace.com slash deadpackies Da kann man ein Review dazu von unserem Album anhören. Vielleicht hab ich schon verkehrt, vielleicht nicht. Und ja, der Max werde mich mal herzlich grüßen, und das ist unser Mische. Und das ist ein großer Applaus! Gut. Dann zum nächsten Lied wieder an unser Vater, oder? Ja, ist wieder ein Wälder-Song eigentlich, dieser Slash. Das ist ein Rekreuz am Ende. Und jetzt einer von der ersten Zolls gesiegt am 3. Jänner 2006 war unser Entstierungsdatum ist. Und ja, vom Erbogaden. Wie du bist? Ja. Ja, vom Erbogaden. Und ja, vom Erbogaden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017